Heute mal nicht in Bärklamotten. Heute mal Weihnachten beim Essen. Hier alle drei. Der, der für die Minecraft-Videos verantwortlich ist, unsere Tochter Maxima und wir zwei, die für die Berg-Videos verantwortlich sind. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern Weihnachten. Und wir feiern Weihnachten immer traditionell mit Recken. Und jetzt schwenken wir mal rüber, über den Weihnachtsbaum zu unserem wahnsinnig gedeckten Tisch. Wir trinken ja eigentlich nicht so viel, aber die Flasche Rotwein werden wir uns jetzt gönnen. 14. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.